Keine Absicht Meine Fresse, ey, ich hoffe mal die letzten anderen vier Kack-Dinger sind einfach mal nur, einfach nur, einfach nur, einfach nur, einfach nur, die Platte hängt grad fest, einfach nur, einfach nur Leicht zu holen Meine Fresse, ey Wie so bin ich denn immer so angebissen, als Beispiel Irgendwie macht mir's dann trotzdem immer noch Bock so, weil ich dann einfach nur darauf hinarbeite, das zu schaffen, wenn ich dann geschafft hab, dann... Ja, ich kann nicht auf heute zappeln Ja, ja, komm, gib Gas Und vor allem, zwei von den... Also, zwei Level von denen, die wir schon geschafft haben Beispielsweise eins War auch so ein Level, wo ich mir gedacht hab, oh, das kann dauern Und das war das vom letzten Mal Also, hier, diese Technik-Scheiß Und das ist das zweite hier Ah, jetzt kann ich hier wieder, hallo Hallo Okay, ja, wir, uns fehlen so die eine Küste, ich weiß noch nicht, wo die sein könnte, und das ist doch einfach alles für den Kack-Arsch, ey Ja, weg Hahahaha Hihihi, ist das ein lustiger Scheiß Ich könnte mich doch echt selbst aufhängen Hallo Da ist auch definitiv scheinbar nix, oi, ey Kiu Ja, du bist ein ängstlieges Igelchen Weg mit dir Das auch nix, okay, okay, das war ja nur ein Versuch Ich geh einfach mal nicht davon aus, dass ich da oben die, äh, obere von den beiden irgendwie vergessen habe, aus irgendwelchen Gründen auch immer Weil ich blind bin, oder weiß nicht Weiß der Geier Ja Ich hab' keine Ahnung Ich hab' ich glaub's 155 und ich hab' wieder nur Ficken Weg Auf jeden Fall, wenn ich das jetzt nicht schaffe, mach' ich erstmal die anderen Edelsteine Und werd' dann off-screen, also ich nehm' euch dann nicht mit, weil das kann ich euch echt nicht zumuten, so lange probieren, bis ich hier mal alle Kisten hab' Werd' dann aber nicht abspeichern Und werd' euch dann nochmal zeigen, wo die letzte Kiste zu sein scheint So Oh, eine Kiste fehlt, oh, ist doch nicht schön Ja, bist du die Kiste, oder was hier? Ficken, ey, wie ist das denn für ein Scheiß, ihr? Ich versteh' das einfach nicht Ey, ich check' das echt nicht Das ist doch alles für den Arsch Meine Fresse, ey, man, ey, schon wieder so viel Zeit für nichts geopfert Das ist doch echt... Ja, komm, ist gut Verpiss dich, Crash, du gehst mir auf die Nerven So, jetzt hol' wir erstmal die restlichen Scheiß Was fehlen uns denn hier noch? Da, mal Da fehlen uns noch die Kisten Oh, die dritte Welt haben wir auch schon gefasst, finde ich Was fehlen uns denn noch generell? Fünf Edelsteine, äh, toll, super Mann, ey, jetzt reg' mich grad voll auf Tut mir echt leid, aber... Oh, meine Güte Okay, das ist ein Jagdlevel, da muss auch irgendwie Glaub ich, 20 Kisten gefehlt, oder so Für die sind... Das ist eine super Frage, ich weiß es nicht Ja, Rade, ja, schön, erst mal direkt in die Min rein, sauber, sauber Ja... Also irgendwie so ein bisschen Entspannung grad hier, weil... Das Level allein auch schon nicht so lange ist wie die letzten drei Das Level allein auch schon nicht so lange ist wie die letzten drei Huch Da hab' ich wohl Abgrund übersehen Ah, hallo Eisbärl Das Schlimme ist, das Schlimmste überhaupt, ist immer wenn ich die unproduktiven Videos hochlade, dann habe ich nämlich keine Ahnung, was ich in die Beschreibung schreiben soll Dann kommt immer sowas mal raus wie... Hier verkack' ich grad schön oft Oder... Mecker, mecker, mecker Und so ein Gedöns halt Fall runter, du Kacker Ja... Äh... Hallo, ist da unten was? Kisten? 20 Stück vielleicht? Nein, okay Ah... Äh... Hallo, Freunde ähh... fendimum... ф moments Zoo viele Äpfel Wow, wow, wow Haaaaaah... Aaaaaah... Ich habe leider keine Ahnung, was ich hier machen soll, weil das alles doch ein bisschen Oh mein Gott Eidechse ich glaube hier gab es 59 Kisten das heißt ich dürfte jetzt noch vier Kisten finden und dann im Ziel sein du weißt doch nicht mehr weiter eine Kiste noch was fick dich man lass mich doch Mann ey ich hab wirklich grad einfach nur keine Ahnung wie wir die Scheiße holen das fackt mich grad so dermaßen ab weil ich finde ich hab hier alles geholt was man hier holen konnte das kann es doch nicht sein weil mir fehlen jetzt wahrscheinlich 21 Kisten nein noch 20 aber ich hab wirklich keine Ahnung wie die sein könnten das ist echt einfach nur nervig grad keine Ahnung oh ja gut das ist in Ordnung ich... das ist zum brechen wirklich ich bin echt abgefangen oh ey meine Güte ey das nervt mich grad echt total ich kann es einfach nochmal machen und wird dann einfach genau so bei dem Stand sein an dem ich jetzt auch bin 38 von 58 aber ich hab auch wirklich nicht die geringste Ahnung wie wir jetzt irgendwas hier schaffen können ok ok weiter zurück können wir scheinbar nicht aber runterfallen können wir ist das nicht schön ey ich krieg nen Kackreiz ich hör gleich einfach auf machen die 6 Videos einfach mal für nen Arsch die einfach alle Kacke weiß ich nicht Mann ey das ist doch eine Scheiße ich fang mir echt noch zu holen das kann ich nicht so ja ja das ist doch scheiße egal hier der ganze Scheiß ja he 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 ha boah ey ich hab 2 edel oder 3 edelsteine geholt aber gut 2 Level in einer gottverdammt verfickten ganzen Stunde und 10 Minuten oder so weiß ich nicht Alter ist es doch nicht ey meine Güte hey das werde ich dann definitiv auch offscreen nochmal gucken wo ich hier irgendwas finde das ist so zum Kotzen echt weil ganz alles zeigen wie ich euch auch nicht meine Tode gerne und so und wenn ich hier einfach nicht weiß wie es weiter geht das ist doch kacke also boah ich bin ja echt total frustriert ey ja ja halt die Fresse nächster Kristall ja mann 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 ah scheiß drauf ich höre jetzt doch hier auf für heute zumindest ich bin heute echt bläh bläh ich hab so gut angefangen von der Laune her aber wow wir ganze 3% Punkte yeah ist das nicht schön nein ist das nicht das ist für ein Arsch ey ich sag bis zum nächsten Mal ich hoffe mal nächstes Mal läufts besser tschü tschü ey ey